Mein Name ist Sonja Kristina Lorenz, ich bin Leiterin des Bildungsclub Zürich und Solothurn und bin in dieser Funktion seit Februar 2022 tätig. Ich bin verantwortlich für Personels, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit. Mein Name ist Janette Arnold und ich arbeite seit dem 1. Februar 2022 für den Bildungsclub in Zürich. Ich bin fachverantwortlich in Bildung und kümmere mich vor allem inhaltlich um die Kurse beim Bildungsclub.